Heute durfte ich meinen ersten Gottesdienst feiern. Es war eine wahre Freude. Ich wurde geführt und geleitet. Es sind sogar noch fremde Menschen dazu gestossen. Eine Frau, die im Wald auf dem Weg sagte, Gott schick mir ein Zeichen. Und dann ist sie zu unserer Gruppe gestossen. Danke von ganzem Herzen, allen Beteiligten und unserem Vater im Himmel für einen wunderschönen Morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017